So, willkommen wieder zurück zu Luigi's Mansion 3, glaube ich, war das jetzt. Meine Kopfhörer sind übelst laut, weil meine anderen Kopfhörer kaputt gegangen sind. Wir sind bei der Hälfte des Spiels, glaube ich, jetzt durch. Oh Gott, ist das Spiel laut. Ja, meine eigenen Kopfhörer sind jetzt kaputt gegangen. Die haben Wackelkontakt auf einmal entwickelt und haben sich gedacht, wir geben einfach den Geist auf und ich habe den übelsten E-Rape gerade. So, warte mal. Falscher Ort. So, wir gehen jetzt zurück nach Dienz. Äh, so. Zurück zum Aufzug. Knopf drücken. Seht ihr auch die Nebel in den Spiegel? Sweet. Voll süß. Ja, äh, let's go, jagen wir die Katze. So, da ist sie durchgegangen. So. Hä? Keine Ahnung, wo das Geld herkommt. So. Ja. Okay. Okay. So. Meine Ohren tun weh Ah, stimmt So So Speedrun Auch wenn es kein Speedrun mehr ist, schon lange nicht mehr So Da noch mehr raus So So, da drinnen Hör auf, ich hab Schnuppen So Oh, wie süß Wie f- Ich schwöre, die Katze ist fucking cool einfach So Ah, okay Ja, Stromblitz, ja ich weiß Kann sich wenigstens mal da so ziehen So Ah, das war zu früh, scheiße Scheiße, 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 scheiße Ah 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 Die arme Katze. Tut mir voll leid. Ich mag Katzen. Warum werden immer... Ist euch mal... Ne, warte mal. Runde werden ziemlich schlecht an Nintendo-Spielen immer dargestellt. Ist euch das mal aufgefallen? So. Ja, okay. So. Ja. Da ist was oben. Äh... So. Ah, oh. Okay, ich geh hoch. Okay. Da. Da. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Arschloch. So. So. Ups. So. Oh, eine Etage tiefer. Okay. So. Was ist das? Äh, Feuer, ne? Wo haben wir denn als letztes das Feuer gelassen? Ist das noch da an der Stelle? Pff. Entschuldigung. Entschuldigung, es tut mir so leid. Ja, das ist hier noch. So. Haben wir das mal abgeschlossen? Äh, oh, stimmt. Voll vergessen. So. Da haben wir das auch geschafft. Entschuldigung, ich muss meine Nase wieder schnäufen. Okay. Ab das eben. Guck mal, ich bin krank. So. Aber Dominic, warum nimmst du krank deine Videos auf? Weil ich nichts besseres zu tun habe. What the fuck? Hier sind Dinge zu nur gefallen, wie ich es aussehe. Aber Dominic, hier ist es nicht besser, wenn du erstmal gesund wirst? Um. 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 Ähm, was waren das denn für Wehrlichter? Äh, ich erinnere mich dabei an die gar nicht mehr, an meinen ersten Durchspielen. So. Ach, come on, ich bin doch gerade erst hier hingekommen. Oh, du stolz, du störst gerade. Du störst extrem, was weißt du das eigentlich? Siehst du nicht, dass ich mich um die blöden Geister hier kümmern muss? Und da ruft er einfach an. Ähm, wo ist eigentlich der, wo ist der Lampen, wo ist der Pfosten denn, der zweite? So, jetzt lass mich durch. So. Äh, eine Tatsache tiefer, Ökos. So. So. Hier ist die Schlange, oder? Äh, ach ja, falls das, wenn das Video hier raus ist, wahrscheinlich, hab ich das vielleicht hochgeladen oder vielleicht noch nicht. Ich will ein Video zu meiner ersten Nase-Lock machen, aber ich hab keine Ahnung, wann ich das machen werde. Holy shit. Der Schau... Ähm, na fuck. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Wir fressen sehr viel Schaden in letzter Zeit. Haut-Damage-Rime ist vorbei, ne? Äh, ähm... Weg damit. So. Weiter. Schnupfen, schnupfen, schnief, schnief, schnief. So. Äh, wir müssten jetzt hier unterhalb sein. Jetzt da. Scheißegal, wir müssten jetzt sowieso hier durch. Waren wir schon in der Badewanne? Ja. Wie es aussieht schon. Ja, dann ignorieren wir das mal, ne? Bekommt. Du, Rai, du hast mich angesteckt. Ich bin sauer auf dich. Ich krieg's Ärger von mir. Und wir haben Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Ach ja, frohes neues Jahr, ne? Äh. Die... Die hier auch nicht. Ähm. Ja. Wann sind wir denn oben? Hä? Warte mal. Oh, stimmt. Geht lang? Äh. Oh, stimmt. Das Ökohaus ist so riesig. Können wir das nicht einfach... Müssen wir backtracking machen einfach die ganze Zeit? Sind wir eigentlich jetzt hier? Das sieht immer hier so aus, als wäre hier irgendwas. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hier drinnen? Ne, warte. Hier drinnen? Oh, wie... Da ist es... Gibt's noch eine Etage höher. So, Luigi. Herziehen. Luigi. Luigi. Ne. Luigi. Wieder hier hin. So. So. Da ist ein Röschchen. Ich habe mich falsch bewegt. Da vorne ist was. Sehe ich gerade. Oh mein Gott. Ist wir endlich da? Ja. Das ist jetzt der letzte Raum, der hier ist. Hä? Wait a second. Wo müssen wir denn hin? Bin ich jetzt ganz oben auf die Pflanze gegangen und habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber wenn wir schon mal hier sind, äh, dann können wir das hier machen. Äh, nein. So. Aber hier ist... Nichts. Aber hier ist das. Wow. Secret Finder. So. Hier entlang. Hä? Das war doch nicht alles. Oh. Mal kurz. Ich muss wieder niesen. Okay. Ich muss immer zwischendurch die Aufnahme passieren. Aufgrund von niesen, von schnupfen und allen den ganzen anderen Scheiß. Entschuldigung. Nach hinein. Ähm, ähm. Hä? Okay, jetzt mal. Weird talk. Weird talk. Don't. Äh, hier. Luigi. Wo müssen wir hin? Oh mein Gott. Ernsthaft? So. 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 Jetzt krieg ich dich aber. Auf den Tisch mit dir. Scheiße, wir müssen wieder niesen. Okay. Weiter. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Die Folge besteht einfach aus niesen, husten und schniefen. Einfach die ganze Zeit nur. Toll. Commentary. Leute. Commentary. Ich mache das nicht zum letzten Mal. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder falsch. Ich muss so viel schneiden. Ich bin krank. Ich habe Nachricht mit mir. Ich habe meine erste Pokémon-Naselok aufgenommen. Die muss ich jetzt nur noch zusammenschneiden. Und das Video wird jetzt übelst lange dauern. Also das Video mit der Naselok wird jetzt übelst lange dauern. Ich mache das nicht. Ach komm. Morn. Einfach. Jetzt müssen wir in die Etage höher gehen. So. Dann gehen wir jetzt in die Etage höher. so aus dem weg schmutz schmutz aus dem weg mit euch ich bin hier ich bin jeder boss ich will hier die katze fangen ich will mein knüpfchen haben der raum ist viel zu groß was zum teufel oder was das wusste ich gar nicht ich wollte eigentlich gucken nach der katze wo die ist mensch so kalt stimmt so komm schon schneller kittikett 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 beste katze besser geht da die folge nenne ich katze und maus ah scheiße ich war zu früh sorry aber mein leben entschuldigung was willst du denn jetzt von mir ich fahr immer viel zu früh in meinem leben ich fahr immer viel zu früh in meinem leben funke funke das ist überhaupt nicht laut wirklich ich kann mich daran erinnern dass wir die fangen ich bin übelst verwirrt gerade in treiburg ich kann mich daran erinnern dass sie was wir sie irgendwie fangen und dann geht sie dann haut sie ab aus den staubsauger aus irgendeinem grund aber ich glaube das ist der polterpinscher damals gewesen ich wünschte ich könnte ich könnte hier einfach unterfallen ach komm wir fangen dafür die nächsten raum an weil die jagd äh da muss zukunftsdomme schneiden und der sagt einfach dann äh vergangenheitsdomme du blöder arschloch wie kannst du mir solch eine last auferlegen so wie jedes einzelne mal aber hey zukunftsdomme und ich sind einer meinung wir hassen beide vergangenheitsdomme mein vergangenheitsdomme ist ein arschloch ah wie viel selbst hast kann ich den jamen oh die ganzen blümchen blühen so oh ich liebe die grasphysik grasphysik ist mega mega geil schiisch ich hasse mich selbst so jetzt steck den knopf rein und verliere nicht oh yeah ach warte nochmal kurz bis zur Aufnahme passiert ok weiter da geht's oh nein oh nein das ok wir fangen die nächste Folge mit dem Museum an ohne scheiße wir enden jetzt die Folge Museum ist übelst geil die Folge ist kurz jetzt hier aber Museum ist übelst geil das müssen wir in der nächsten Folge machen weil das wäre das ist übelst geiles Thumbnailmaterial dafür ist die scheiß Folge jetzt hier nur 10 Minuten lang oder so oder 20 Minuten aber fuck it einfach Museum ist geil also let's go dankeschön fürs zu sehen wir sehen uns im nächsten Mal bis dann und schau was mit dir das dass sonst so viele Leute nicht abonniert haben bitte abonniert und lasst ein Like da und so ein Scheiß bitte bitte her besser 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3